Schwere Sicherheitslücken in Milliarden von Intel und AMD-CPUs entdeckt. Ist Nvidia bei High-End Grafikkarten bald konkurrenzlos? Kommen zwei neue Xbox-Modelle? Und wir haben zwei Games in der News. Hi, ich bin Jeremy. Willkommen zu TechUp Weekly. Los geht's mit AMD. Wird Nvidia bei den High-End Grafikkarten bald ohne Konkurrenz dastehen? Okay, zugegeben auch die RTX 4090, das derzeitige Flaggschiff, ist quasi konkurrenzlos. Aber beim Nachfolger soll AMD wohl überhaupt nicht mehr versuchen, um den Grafikthron zu kämpfen und sich stattdessen nur auf die Mittelklasse fokussieren. So hat der stets gut informierte Leaker Kepler einen Tweet veröffentlicht, laut dem das Navi 4 Line-Up, also die RX 8000 Grafikkarten, ohne High-End-Modelle auskommen soll. Der ebenfalls bekannte User AllTheWhats liefert etwas konkretere Informationen hinterher. Es sei nur mit der Navi 43 und der Navi 44 GPU zu rechnen. Zum Verständnis, AMDs derzeitige Top-Modelle RX 7900 XTX und RX 7900 XT setzen auf den Navi 31 Grafikchip. Ein möglicher Nachfolger alias Navi 41 oder auch Navi 42 soll, wenn die Gerüchte sich bewahrheiten, gestrichen worden sein. Sollten sich diese Leaks bewahrheiten, dann dürfte sich AMD, wie auch schon von Kepler angedeutet, wieder auf die Mittelklasse fokussieren. Bei der Polaris und der ersten RDNA-Generation hat AMD Nvidia das High-End-Segment kampflos überlassen und lediglich in der Mittelklasse konkurriert. Offiziell hat AMD für Navi 4X zwar eine Leistungssteigerung versprochen, dabei aber nicht angegeben, ob es ein neues Flaggschiff geben wird. Das wäre nicht nur für AMD-Fans eine schlechte Nachricht, denn eine quasi-Modopol-Stellung von Nvidia könnte dazu führen, dass die Preise der High-End-Modelle noch weiter ansteigen. Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. Microsoft soll dran sein, zwei neue Xbox-Modelle zu entwickeln. In der aktuellen Konsolengeneration bieten sowohl Microsoft als auch Sony jeweils zwei Modelle ihrer Plattformen an. Es wird vermutet, dass Pro-Versionen dieser Konsolen in naher Zukunft auf den Markt kommen könnten. Ähnlich wie bei der Xbox One X und der PlayStation 4 Pro. Laut dem gut informierten Xbox-Experten Nick Baker, alias Special Nick, könnte es eine neue Xbox-Version ohne Laufwerk geben. Dank des Game Pass kann man Spiele ja eh ohne Laufwerk herunterladen oder streamen. Es wird auch spekuliert, dass Microsoft Pläne für neue Hardware hat. Eine leistungsfähigere Pro-Version oder eine auf Streaming ausgerichtete Xbox könnte 2025 veröffentlicht werden. Bei Sony gibt es ebenfalls Gerüchte über eine mögliche PlayStation 5 Slim mit neuem Formfaktor, sowie eine PS5 Pro mit erhöhter Grafikleistung und möglicherweise 120 FPS für flüssigere Spielerlebnisse. Was würdet ihr euch bei den neuen Konsolen wünschen? Schreibt es mir! Wer hätte das gedacht? Es wird dieses Jahr ein neues Call of Duty geben. Der neue Shooter wird als direkter Nachfolger von Modern Warfare 2 konzipiert und könnte die Handlung rund um den Schurken Wladimir Makarov fortsetzen. Der Teaser-Trailer zeigt sogar sein Gesicht. Erstmals in der Serie werden freigeschaltete Waffen und Operator ins neue Spiel übertragen. Es wird spekuliert, dass das Spiel die klassische Minimap zurückbringen wird und Perks an ein neues Gearsystem gekoppelt werden. Leaks enthüllen auch die Rückkehr bekannter Karten wie Terminal oder Scrapyard. Call of Duty Modern Warfare 3 soll am 10. November 2023 veröffentlicht werden. Die Entwicklung erfolgt hauptsächlich durch Sledgehammer, die bereits an Call of Duty World War 2 und Call of Duty Vanguard gearbeitet haben. Erscheinen wird es auf PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und XS. Als großer Fan der Reihe werde ich jetzt definitiv anspielen. Ihr auch? Baldur's Gate 3, das neue Meisterwerk von Larian Studios, ist am 3. August erschienen und bekommt von mir ganz, ganz viele Herzchen. Und ich bin nicht der Einzige. Das Spiel stieg schnell in den Steam-Charts in die Top 3 und erhielt auf Metacritic eine vorübergehende Bewertung von 97 Punkten. Damit liegt es in der Liste der besten Spiele aller Zeiten derzeit auf Rang 2. Auch der User-Score ist mit 9,3 bei über 2800 Bewertungen äußerst positiv. Derzeit ist es auf Steam das meistverkaufte Spiel und auf Platz 3 der meistgespielten. Baldur's Gate hat dort überwiegend sehr positive bis äußerst positive Rezensionen, was quasi einer 9 von 10 Punkten entspricht. Aber was macht das Spiel so besonders? Zum einen ist es technisch und optisch extrem gut gelungen. Zum anderen hat man über 100 Stunden Spielspaß, unfassbare viele Lösungswege, so soll es auch 17.000 mögliche Enden geben. Und das Beste, nach dem Erwerb des Spiels, bleibt es vollständig kostenlos. Denn wie die Entwickler selbst geschrieben haben, wird es keine Ingame-Käufe im Spiel geben. Dafür gibt's meine zwei Daumen hoch. Wo ist denn eigentlich... Ach, egal. Kommen wir nun zum... Failing der Woche. Das ist ziemlich heftig. Es wurden gravierende Sicherheitslücken in Milliarden von Intel und AMD-CPUs entdeckt, die nahezu jeden Internet-User betreffen. Sie heißen Downfall bei Intel und Inception bei AMD, beziehungsweise werden mit diesen kryptischen Nummern hier bezeichnet. Die Downfall-Sicherheitslücke betrifft ältere Intel-Prozessoren von Skylake bis Rocket Lake, während die Inception-Lücke bei Ryzen-CPUs von Zen 1 bis Zen 4 auftreten kann. Die betroffenen Modelle findet ihr im verlinkten Artikel. Potenziell sind das Milliarden von Chips, sowohl in Privatcomputern als auch in Cloud-Servern. Dadurch ist es Angreifern möglich, sensible Daten wie Passwörter, Bankverbindungen oder private Daten zu stehlen. Aufgrund der dominierenden Stellung von Intel bei den Server-Prozessoren könnte faktisch jeder Internetnutzer zumindest indirekt betroffen sein. Intel hat ein Mikrocode-Update veröffentlicht, um das Problem zu beheben. Dieses könnte allerdings bis zu 50% Performance kosten. Ähnliches gilt für die AMD-Lücke. Auch hier könnten sensible Daten ausgelesen werden. Betroffen sind CPUs der Architekturen Zen 1 bis Zen 4. Das umfasst so ziemlich alle Prozessoren, die das Unternehmen in den letzten Jahren verkauft hat. AMD empfiehlt, je nach Bedarf, einen Mikrocode-Patch oder einen BIOS-Update für CPUs auf Zen 3 und Zen 4 Basis herunterzuladen. Aktualisierte AGS-A-Versionen sollen ebenfalls veröffentlicht werden. Puh, ganz schön heftig, ey. Erinnert an die massiven Sicherheitslücken Meltdown und Spectre aus dem Jahr 2018. Ich kann nur hoffen, dass Intel und AMD da bald eine Lösung finden werden, die keine Performance kostet. Auf jeden Fall ein ziemlicher Fail der Woche. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und uns noch nicht auf Instagram, Facebook oder TikTok folgt, dann werdet doch Teil der Community. Dort findet ihr lustigen und informativen Content und auch viele weitere Kurzvideos mit mir. Alle Artikel zu den heutigen News findet ihr wie immer aufgelistet in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche zu einer neuen Folge TechUp Weekly. Bis zum nächsten Mal.